ja open back jetzt ich hab doch open back gemacht beim open da das netz hier um ich bin eigentlich bereit zu gehen dann wollen wir sofort gehen oder wollen wir noch die anderen häuser gehen gehen bei welcher hast du ja jetzt okay alles klar einfach nur mit der hoffnung dass man mit dem netwer halt jetzt noch fett oder sowas oder kompass oder so gelten kummel und mir waren letztens in physik sei mal es ist offen da kann man rein da ist irgendwas noch drin und zwar in physik so langweilig dass wir alle behinderten wörter also die ganze stunde haben wir damit gebracht haben wir alle wörter die uns alle wörter die übel behindert sind okay die wir so benutzen gell die müssen ausgedacht haben haben wir aufgeschrieben ja das ist eine ganze din a4 seite so voll hammer einfach nur behinderten wörtern wie pressluft gehämmert oder ähm in der bobbe dann ist sie noch zwei blatt wegs können wir scheinen blatt weg oder dg an der wutz oder rhabarber also so viel sagt immer übel aufs rhabarber äh so viel heute habe ich zu der gesagt stelle immer radioaktiven rhabarber vor das fand ich übel lustig dann haben wir so haben wir so die ganze stunde darüber gesprochen wie sehr wenn man so ein radioaktiven wenn man so ein haus aus radioaktiven rhabarber hätte also er hat echt nichts zu tun im unterrichter nicht wirklich die kommst du moment ist nicht mehr ist alles ich habe jetzt ich habe relativ viel dabei als ich habe jetzt ab in ein blatt weg im inventar habe fünf blatt wegs im rucksack und kaputt blatt weg sind am wichtigsten sobald irgendwie in irgendeinem zombie-fight hatten da ist gerade alle leck immer er ja vielen dinge mit einem unterweist kann da ich habe auch zwei drei aber ich habe noch fünf stück von denen ich habe mir das haus gegenüber noch ist und danach will ich auch sagen geben wir ganz ehrlich ich will hier weg vielleicht finden wir hier noch eine mappe müssen wir sind ein bisschen glück oder ein kopf oder hier liegt noch ein alice pack der ist in dem ding dran oh gottes willen geil aber guck dass du das gescheit droppst also denk dran auf drop also den anwählen und auf droppen und dann erstes nehmen das sind ja irgendwie auch scheiße ich weiß nicht ja aber generell das inventar system ist in anderen regeln vielleicht ist noch ein zelt bis an das regeln soll man am Tag aber eigentlich ist es schon so ganz gut geredet für die ganze Funktion was du euch hast ja immer wohl so der Händlerfunktion wird immer noch am besten was das an der Rucksack an der Händler ist also ich kann nicht hier und da gibt's keine immer auf gehen ich bin da unten da kommt Spielern ich bin oben der Kohlspiel hoch und der Kunde kommen und das kann anders zu reingelaufen wo rein ins Haus wo bist du im Haus ich glaub grad hoch da kam einer rein hundertprozentig muss ich aufpassen also entweder ist der vorbeigelaufen oder er ist im Haus da ist er da ist er da ist er da ist er hoch weg 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 geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch ganz hoch ja ganz hoch rein hoffentlich nimmt er nicht den Rucksack ich warte jetzt hier auf den ich helfe dir dabei Leute ich bin tot hä der hat der war irgendwie der auf einmal war da nein ich bin tot dennis snack den weg bitte dann bleib oben versteck dich oben in mir dann guck immer da drauf der ist tot ok dann save mich irgendwie keine Ahnung ich guck dass ich so schnell bin wie möglich wieder kommen erstmals die Waffe von dem geh was hatte der ich muss erst mal gucken dass ich die Zombies nicht hochkomme ok alles klar guck dass du das irgendwie seh lol alter ich sag noch ich will jetzt hier weg alter dann kommt so ein hundert übern übel viel dabei geh echt geile Sachen ja ne Winchester ähm naja dann nimm lieber mal vorerst meine Waffe ja warte ich muss erst mal kurz klarkommen ich konnte nicht mal schießen so schnell war der alter Gier Alter ich nehm jetzt erst mal Alter das ist hart Gier ähm deine AK107 steine gell ja aber guck dass da bitte nichts verschwinden lässt oder so ja ich muss es ich muss erst mal kurz klarkommen ich droppe jetzt erst mal die Double Barret Shotgun ja weil und den Rucksack den Rucksack kannst du einfach so übernehmen oder so weißt du weil dann also ich nehm jetzt erst mal kurz die Winchester von dem Typen äh weil die ist besser als die Waffe die ich hab dann ich bin im ersten Trip gespawnt das ist in der Nähe von Cerno ich renne zu dir ich bin gleich da ich bin in ca 5 Minuten da ich bin in ca 5 Minuten da halt wieder Blut runter tropft den Gang alter alter ich geh jetzt nochmal kurz runter und hol kurz mein Backpack dein Alice Pack Zombie dann also ok du du der Back durch die Treppe durch ja du wirst den schon du wirst den schon mit dem fertig kommen halt die Fresse ich werd sterben man denn es wehe da kommt er da kommt er du Hörnsohn wie du uns weggesnackt oder nicht weggesnackt hat dann nimm dir den Rucksack den du gesehen hast ok weil dann kann ich mein Zeug einfach so nehmen wie es da liegt oder halt ja so mehr oder weniger oh Gott die stürmen da alle rein hoffentlich nur Zombies das heißt nur aber hoffentlich Zombies nur ich habe jetzt das Alice Pack da liegen gelassen ich werde einfach die Zombies abwehren mach das nicht ich bin bald da die Leichen verschwinden ja nicht gell mhm ich bin in 2 Minuten spätestens da ich bin das übelgeil ich bin oberhalb vom also ich bin noch weiter in Richtung Cerno gespawnt da wo der dieser erste von Balota ist übelgeil hm ganz ehrlich das war einfach das war einfach Fail weißt hätte einfach nicht sein müssen jetzt hoffentlich kein das ist einfach das Problem ist alles kurz looten dann hauen wir ab ok dann hauen wir ab übel episch gesagt ach ja warte mal du hast gerade was hast du für eine Waffe dann müssen wir die Winchester von den Typen genommen die macht 4500 Damage genau so viel wie eine wie 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 ein Schlag von der Headshot ich habe eigentlich gut ich mag die Winchester die schon leise ja die die ja und vor allem die hat sich auch voll gerne und die sieht auch irgendwie voll cool aus äh ansonsten ich habe ich hatte ja ich habe ja jetzt diese was habe ich für eine AK 100 irgendwas die gibt es da gar nicht die also auf dieser Waffenliste da wo die sind bei den normalen Waffen da gibt es die gar nicht das ist also irgendeine neue Waffe auf jeden Fall ich denke mal die macht so 3000 oder so Damage ich denke das ist Alice Pack Taken äh du scrollst da ein bisschen dann so Take Alice Pack oder sowas steht dann da oh Dammit da kommt einer der croucht Zombie oder? ja Alter der kommt ich werde es einfach gar nichts nehmen ich warte jetzt erstmal auf dich ich habe gerade viel zu viel Panik wenn ich ehrlich bin ja guck dass du einfach die Zombies da weghältst ja guck dass du die Zombies so weghältst dass du so weit wie unten bist so möglich was ich weiß nicht wie viel Zombies da hoch komm ich bleib einfach bei den Leichen ok der Typ hatte geile Sachen dabei ja Dennis aber ich muss da unten reinkommen ja der kommt nur leider auf irgendwie grad 5 Zombies hoch oder so ja die musst du so oder so killen dann guck dass du die Zombies mit dem Headshot immer ab und zu so killst weil die wollen ja so wieder hoch fuck 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 man ich häng du stirbt mich denn das bitte ich bin grad wieder gehangen ich hab mein kompletter grauer Screen alter ich ja vielleicht können wir keine Platz mehr kriegen jetzt wechselt da wieder die Waffe warum ohne Spaß ich geh da nicht runter ich bleib hier seh ich nicht ein ok ich bin bei den Häusern jetzt ok ich renne runter runter warum runter ja damit die damit die oh da kommen wieder zwei Zombies hoch wie wie drei Bibi komm denn da man viele glaub ich schießt du ja ok da ist noch einer der rennt runter der hast halt ich gesehen komm hoch schnell oh da ist noch einer fuck ich häng wieder Mann warum bewegt der Hurensohn sich nicht sind hier sind ein paar Zombies echt Alter Dennis du musst die Zombies irgendwie fertig machen ich kann da nicht hoch bin auf dem Weg ok da liegt auf jeden Fall ein Tod da liegen zwei Tod ah guck mal ich seh dich das ich hab keine Muni mehr der secondary ja nur die braucht halt ein paar Schüsse ja ich guck mal dass du Headshots machst oder so auf den kriegst du weg mit einem Headshot lol du hättest ihm einen Headshot geben können da kommt noch einer hoch Headshot komm ich bin K.O bist K.O ja weißt du wie hart er gezittert hat bei mir war alles grau und da war überall Blut aber du lebst noch oder ja ich bin K.O die Sandor läuft gerade drunter komm einfach jetzt rein ich da unten ist ein Zombie ich komm da nicht vorbei vor allem wieder blocken ich kann nicht mal vorbei ich kann nicht mal vorbei ich spiele weg in dem Haus in dem Gang du kannst die Kamera nicht drehen du kannst nicht richtig laufen äh aber du du bist gleich wieder bei Bewusstsein oder du stirbst nicht der da die Sandor läuft drunter keine Ahnung ja schnell oder langsam langsam schnell das ist ja komplett weg warte viel Blut hast du rot komplett rot blinkt's ja ich lebe wieder ok mach den mach das noch ein Zombie den musst du kurz dann kann ich dir sofort Blatt weggeben und alles ich kann mich nicht bewegen was mach ich jetzt du läst doch gerade nach ja aber ich bin bewusstlos ja du kannst nicht korschen oder so nein aber der Zombie der kommt gerade runter ich kann mich nicht bewegen aber kann das der Blood Transusion äh ne 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 Bandage übernarschieren hm Bandage ja ja dann mach das mal aber der Typ liegt grad auf dem Boden bewegt sich nicht nicht so lange du dich bandageierst ah man ist das langweilig ich seh nichts alles dreht sich ok die Zombies kommen gerade raus nice ja ich bin ich jetzt ich leb wieder ich steh ich steh ok alles klar ich komm jetzt rein ich zieh aber gleich noch ein paar Zombies hinterher das heißt ich komm jetzt rein sofort was mach ich jetzt geh ich jetzt erst hoch zu dir ich muss mich bandagen ok warte und jetzt ich bin so kaputt glaub mir da kommt so viel Blut runter lauf warte ich bin ich komm an dir vor ich komm an dir nicht vorbei ich kann nichts machen lauf geh schnell ich mach die Zombies noch kaputt die hinter dir sind alles klar dann geh mich dir gleich an Bloodberg warte du magst du komm mal wie viel Blut da oben runter ich bin schon wieder K.O. ja das ist aber du blutest nicht oder? ah diesmal läufst du schneller runter die Sanduhr hast du mein Ding eigentlich gerade genommen nein mein Mann du musst einfach leise sein weil ich bin aggressiv weil man was macht der Typ ich komm noch zwei Mann was ist das oh ich lebe oh nice alter Blut so das schon mal dann kannst du mal dich um die Dinger kümmern oh alter Max hm scheiße was ich hab grad übel Panik voll die Wurstraktion ok ein Pankeller dann zitter ich auch nimmer und dann ist alles wieder im grünen Bereich alles klar das ist gut alles klar ich komm jetzt gleich runter du kannst von mir aus auch hochkommen wir können gleich zusammen Alter wie viel Blut hier runter läuft ähm kannst du ähm wie viel Zombies hier liegen alter wo ist denn jetzt diese Waffe also meine ja die hat der Typ noch in der Hand hier da 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 liegt der untere das war